Willkommen zurück zu einem neuen Part von Mario Kart DS. Wollen wir es größer machen? Ja. Und zwar eine Sache werden die Ballonballgerei doch nicht spielen, weil man da was mit dem Mikro machen muss. Das mache ich irgendwann anderes. Dann spielen wir halt... Insignia... Insignierraser. Okay. Mit... Ja. Ne, mit Peach. Spaß. Einstellungen. Normal. Zufällig. Ich zeige euch dann die Kurse, wenn wir sehen und nicht gefahren sind. Machen Siege. Und zwar 10. Die Teams lassen wir aus. Wir spielen dann nochmal mit Teams. Ja. So war das dann halt. Röhrenplatz. Eigentlich ein sehr schöner Kurs. Die Sterne muss man halt einsammeln. Wer am Ende... Ja. Wer am Ende am meisten Sterne hat, hat gewonnen. Hier ist einer. Okay. Okay. Und man kann auch Leute abschießen. Dann kann fliegen deren Sterne weg. Oh. Gib mir deinen fucking Stern. Okay, 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 okay. Gut. Toad verliert einen. Habe ich. Tabelle in erster Grad. Hier rein. Wo komme ich raus? Hier. Und da ist sogar einer. Nein. Ich verliere ihn. Wo ist er? Wo ist er? Fuck. Der ist da oben, ne? Dann fahre ich noch... Oh, da möchte ich hoch. Da ist nämlich ein Stern. Hallo. Oh, hör doch auf, Bowser. Lass mich in Ruhe. Aber ich möchte... Ich habe am meisten... Nicht mehr. Doch. Oh. Ach so, es gibt immer Runden. Jetzt sind nur noch ich, Bowser und Yoshi drin. Okay. Was macht denn hier die Itembox? Guck dich das an. Lol. Okay. So, 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 so. GPR. Da ist eine. Yes. Nur noch ich und Yoshi. Da ist er. Aber ich habe E5 und R. Jetzt drei. Jetzt habe ich sechs. Ich versuche ihn nochmal abzuschießen. Treffe aber nicht. Hier gibt es jetzt keinen Stern zusammen. Ich nenne die halt Sternen. Die heißen bestimmt irgendwie anders. Wo kommst du raus, hm? Da. Okay. Super. Erster Sieg. Oh, wir haben ja auf 10 geschaltet. Alter, wird das ein langer Part. Nintendo DS. Wer zuerst 10 Siege hat. Oh, wird das ein langer Part. Ich glaube, wenn man mit jemandem gegen den Pilz fährt, äh, Gott, du unnötige Sch... LOL. Das hat jetzt für den gezählt. Meins. Ey, Bowser, du bist so in der Missgeburt. Weißt du das eigentlich? Weißt du, was du... Da war ein Stern. Aber, aber, aber... Guck mal, der fliegt direkt auf den Whop, der Stern da. Meins. Hör auf. Gib, 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 ja. Okay. Nein! Mann! Oh. Okay, verliert den Stern. Und ich krieg den... Ah! Alter Knochen-Trocken hat 5, ich hab 2 und bin somit 2. Knochen-Trocken erster. Zack! Gib her, wo ist es, wo Lande ist? Oh ja, okay, okay, okay. Nur noch ich und Knochen-Trocken und Yoshi sind drin. Oh, ja. Lern zielen. Break. Oh, ich verliere das. Wo ist Knochen-Trocken? Da oben. Oh. Komm her. Weil der hat 2 mehr als ich. Alter, nein. Jetzt nur noch ich und Knochen-Trocken. Ich kann ihm was klauen, ich kann ihm was klauen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich hab's versaut. Nein! Komm, 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 nein! Die Zeit ist zu knapp. Fuck. Ich hab' verloren. 1 zu 1 zwischen mir und Knochen-Trocken. Wird das ein langer Part, wer zuerst 10 hat? Almenblatt. Der nächste Kurs. Okay, hier rechts direkt ist einer. Ja, Wario war schneller, na toll. Da ist auch einer. Und ich hab' ihn, obwohl ich so scheiße war. Ah, da ist einer gelandet, da ist einer gelandet. Zack. Zack. Okay. Okay. Der nächste ist eine Banane. Gib doch... Hier, verdammt. Okay, Yoshi. Gib mir deinen Stern. Wo landet er? Wo landet er? Okay, er landet da. Yes. Und das ist Bowser mit dem Stern. Der soll weggehen. Okay, okay, okay. Oh, ich bin Erster. Geil, geil, geil. Ne, das war wohl nur bei Ballonballgerei so, dass man, wenn man gegen ihn gefahren ist, einen Ballon bekommen hat. Hier ist das wohl nicht so. Oh, ich hab Donkey Kong getroffen. Äh, Bowser, Bowser. Gib mir den Stern. Gib mir den Stern. Yes. Hm. Da ist Donkey Kong. Diesmal nicht getroffen. So. Ja. Fällt's eh weg. Ach so, jetzt verliert jeder einen Stern. Und ich hab sechs. So, jetzt nur noch ich, Knochen, Trocken und Donkey Kong. Da sind voll viele. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab acht und die beiden haben null. Das heißt, ich verkriech mich mal. Tschüss. Ich warte jetzt hier. Die können mich eh nicht mehr einholen. Das musste noch sein. Nee, da ist ein Stern. Der will knarren trocken, holt mich eh nicht mehr ein. Das war der von Donkey Kong. Ich chill jetzt hier. Und, Leute? Wie geht's euch so? Ich kann noch nicht chillen. Oh Gott. Okay, okay, okay. Zwei. Eins. Yeah. Block fort. Ah, das war ne, das war ne coole. Da konnte man so viel Wege. Hier gab es so viele Wege. Den will ich. Yes. Ich fahr jetzt zum gelben Block hoch. Da seh ich nämlich einen Stern. Och, Junge. Bob Beach. Mann. So, wo, wo, wo? Hier, 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 hier. Okay. Dann kann man hier rüberfahren. Hier ist nichts. Ah, doch, da, 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 da. Okay. Wenn ich jemanden sehe. Der Kurs ist relativ groß. Ah, hier ist was. Ja. Oh, ich hab Donkey Kong getroffen. Donkey Kong. Wo? Nein, ich hab ihn nicht bekommen. Aber ich hab roten Panzer für Yoshi. Okay, Yoshi. Gib mir deinen Stern. Oh, fuck, flieg dabei zurück. Nein, den hat jetzt irgendjemand anders bekommen. Ja, klar, jetzt verliert jeder seinen Stern oder was? Alter. Wo? Hallo, wo? Ach so, da unten. Oh Gott, war das fies. Nur noch ich und Toad sind drin, sehe ich gerade. Der hat, äh, drei, ich hab vier. Könnte knapp werden. Oh, komm her. Komm her, komm her, Toad. Komm, komm doch her. Ja, gut. Gib mir deinen fucking Stern. Der fliegt direkt auf mich. Warum fällt die ständig runter? Lol. Und 3-1 für mich. Geil, oh, Matt. Finster Villa. Hm, das ist ganz chillig, dieser Modus. Kann man mal ab. Kann man mal chillen. Nicht mehr die ganze, ganze dieser Betrug im Kompfi. Betrug! Oh, meinst du, kann man chillen und dann direkt sowas, ey. Okay, 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 okay. Natürlich möchte man hier auch gewinnen. Ne, Toad. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ganz frei. Hier kann man halt runterfallen. Deshalb ist das auch etwas schwer hier. Da ist einer. Nein, Bombe. Okay. Oh, oh, da ist jemand mit einem Stern gefahren. Und da fliegt was hin. Geil, schon 5. Hier ein Item. Oh, guck mal. Da leg ich die Bombe ein bisschen hier ab. Und Bowser. Okay, der hatte nichts bei sich. Dann verliert er auch keinen Stern. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Nimm dir doch das Eis. Ach, das ist gefälscht! Boah, das sehe ich erst... Was für ein Verarsch. Bowser. War das gerade dein Ernst? Okay. Bin erster. Und jetzt schlägt ein Blitz ein. Ja, toll. Donkey Kong hat ihn eben nicht. Oh. Oh. Ne, den treffe ich nicht. Ja, super, Donkey Kong. Danke. Okay, hier ist eine. Hier ist eine. Hier ist eine. Dann da hinten. Da hinten ist meine eigene hingefrogen. Ich und Donkey Kong. Fuck. Ich hab vier. Er hat zwei. Da hinten ist eine. Da ist eine. Alter, wie blind ist der Typ? Komm her. Du hast keinen Schutz. Null. Der hat ja noch einen Stern bekommen. Konnte es abwehren. Aber nur noch fünf Sekunden. Und ich habe sechs. Der hat zwei. Das heißt, ich habe wieder gewonnen. Das geht bestimmt noch schnell. Knochen trocken. Nervt nicht mehr. Süße Torte. Jetzt bekomme ich Hunger. Oh. War ich sehe schon ein. Ein Knochen trocken macht Kurs darauf. Fuck. Dann hier oben. Hier sind nur Items. Okay. Ran weg. Ich hab null. Alter. Wo sind hier Sachen? Hallo? Oh, da oben. Ich hab kein Item bekommen. Ist klar. Da taucht noch eins auf. Oh, geil. Oh, Max. Okay. Okay. Da ist keins. Boah. War das gillig. Gebt her. Gebt her. Gebt her. Okay. Au. Nein. Jetzt hat er mir das geklaut. Boah, nee. Alter, nein. Und war ausgerechnet auf einmal Knochen trocken. Wieder so übel drauf, ne? Natürlich. Ja, fucking Knochen trocken. Ich sehe hier einfach nichts. Hier ist nichts. Hier ist einfach kein Stern. Kein fucking Stern ist hier. Doch. Nein, den hat jetzt Bowser bekommen. Nein. Ich hab nur einen. Bin damit fünfter. Nee, vierter. Aber bei den anderen sieht's auch nicht besser aus. Okay, Bowser hat einen verloren. Wo fliegt der hin? 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 Ach, der ist weg. Ich fliege raus. Anscheinend. Ja. Wer hat gewonnen? Natürlich Knochen trocken. Aber ich führe noch mit 4 zu 2. Röhrenplatz. Hatten wir schon. Hatten wir schon alle? Nee. Ich glaub, eine hatten wir noch nicht. Die ich nicht spoilern möchte. Obwohl. Keine Ahnung. Gibt's hier. Röhrenplatz ist cool. Fahr da hoch. Ah nee, da. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Ja, okay, okay. Man kann hier übrigens nur mit Standard-Card fahren. Wario, du bist so eine behinderte Fotze. Och, Mann, Leute. Mann. Unglaublich. Da ist ein Peach. Dreh dich um, du Fotze. Dreh dich doch um. Sorry wegen... Nein. Sorry wegen den harten Ausdrücken, aber... Die sollen sich mal umdrehen. Okay, Donkey Kongs ist irgendwo in die Hölle geflogen. Och, da ist noch eine. Weg. Ja, sorry. Ich hab nur zwei. Aber der erste hat auch zwei. Lol. Lol, jetzt verlieg ich sogar ein. Und flieg damit raus? Nee, nee, nee. Ich flieg damit nicht raus. Und Rob bekommt sie natürlich. Okay. Lame. Ich bin letzte. Letzter. Sorry, ich bin doch kein Mädchen. Aber Peach ist... Mann! Ich bin raus. Ich bin raus. Knochen trocken führt. Na, super. Ist hier noch irgendwas? Quatsch. Ich brauche nur noch eine. Da! Jo! Ui, jo! Letzte Sekunde. Wo ist Knochen trocken? Der hat nämlich drei. Der muss raus. Da ist eine. Der ist nur noch Knochen trocken suchen. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja, er hat eine verloren. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Nein, er hat sie wieder bekommen. Nein. Wir haben alle drei. Das heißt, wird jetzt keiner rausfliegen oder was? Oh, roter Panzer. Mann. Oh, keine fliegt raus. Wir haben nämlich alle drei. Ich, Yoshi und so. Okay, Knochen trocken. Nein, jetzt hat Yoshi erwischt. Egal. Egal. Egalo. 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 Okay. Die haben beide zwei. Da ist noch eine. Wo ist Knochen trocken? Egalo. Egalo. Nein. Nein. Jetzt ist keiner rausgeflogen wegen dem Fail. Wie kann der rote Panzer mich bitte selber... Warum bin ich jetzt durch den Stern durchgefahren? Und warum hat Yoshi den aufgenommen, Alter? Betrug. Betrug. Oh. Okay. Ich bin am führen. Oh, gut. Yes. Gewonnen. 5 zu 2 für mich. Nintendo DS. Ich glaube, wir hatten schon alle. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall möglich. Okay. Oh, Yoshi. Ich bin hier der Einzige, der was hat und du musst mich direkt abknallen. Okay. Hier ist noch eine. Da oben. Hier sind ganz viele. Okay. Ah, da unten. Da unten. Da unten. Da unten. Da unten. Da fährt keiner hin. Hier ist auch noch eine. Alter. Sind hier viele. Da ist noch eine. Oh, Yoshi voll getroffen. Okay. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Verdammt. Boah. Ne. Nein. Jetzt kriegt Rob alle. Hier sind zwei. Oh, ich habe. Aber Rob ist runtergefallen. Der muss einen Stern verlieren. Tut er. Und der Stern fliegt dahin. Den hat aber. Den hat aber Yoshi. Alter, ich bin erster mit 6. Sehe ich gerade. Lol. Und da sind sie am fliegen. Ja, danke. Bubu. Okay. Nur noch ich. Warp, Knochen, Trocken und Yoshi sind drin. Jetzt fliegt hier viel Asche rum. Alter, ich habe 8. Ja, Knochen, Trocken schafft das ganz bestimmt nicht mehr. Aber ich möchte sogar noch seinen letzten nehmen. Seine Würde komplett zerstören. Es wäre mal eine Challenge, hier zweistellig rauszugehen. Also ich mit zweistelligen Zahl hier. Ich habe 9. Geht das eigentlich, mit zweistellig hier rauszugehen? So, Knochen, Trocken hat verloren. Ich stelle mich jetzt in die Ecke und freue mich schon mal. Yay. 6 zu 2. Noch 4 Mal, dann habe ich das hier gewonnen. Cool. Dann wären wir eigentlich mit dem Wettkampfmodus schon fertig. Lol. Im nächsten Part geht es dann weiter mit den Rennmissionen. Ballonballgerei mache ich nämlich nicht, weil das mit dem Mikro ist. Ah ne, das hier machen wir nochmal im Team. Na klar, na klar. Also das hier, es gibt zwei Wettkampf. Punks. So. Okay. Bin erster. Oh, schade. Oh, lol. Das war ne gefälschte. Da bin ich reingefallen, ey. Wie dumm. Oh, Gott. Wie dumm bin ich denn? Ja, ich achte auf sowas nicht. Okay, ich habe Donkey Kong getroffen. Gib mir deinen Stern. Gib mir deinen Fakten gegen den Stern. Okay. Vielleicht kann mir jemand in die Dinge, äh, in die Kommentare schreiben, wie die Dinger hier wirklich heißen. Ich nenne die jetzt Sterne. Danke, Buhu. Vielen Dank. Okay, Buhu. Oh, ich wollte die nach hinten werfen. Da fährt doch kein Schwein hin. Ich bin erster. Zweiter ist Bowser und Yoshi. Yoshi, dritter, Donkey. Oh, Knochen drücken ist raus. Very good. Okay. Oh, da ist ein Stern, da ist ein Stern. Hallo, 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 hallo. Komm her. Nein! Ah, ihr seid in Yoshi, ich glaub's nicht, ey. Was für ein Fail, ey. Ich dachte schon in meinem Kopf, wenn du driftest, dann verpasst du das Ding bestimmt. Und dann passiert's auch noch wirklich, ey. Was ist denn mit der Roten los? Nur noch ich und Yoshi. Aber ich hab einen mehr. Und wo ist Yoshi? Da ist er. Gib mir deinen Stern. Okay, der ist da. Der ist da. Und ich seh da noch einen, ich seh da links, da ist da noch einer. Ich hab gewonnen. Ich hab sechs und Yoshi hat zwei. Nein! Noooľ nein, 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 ich hab gewonnen. Yes. Ich glaub, Knochen-Drogen, naja, 7 zu 2 für mich. Ich hab auf Normal gestellt. Block Ford. Stimmt, Block Ford, dachte ich dir, wer, dass wir die noch nicht hatten, aber wer hat denn der? Okay, hier fahre ich mal hoch. Hier sind bestimmt Sterne. Okay, da sehe ich schon mal einen. Au. Voll dagegen geknallt, ey. Bootshoots! Alter, ich bin da noch runtergefahren, weil ich nicht von der Bombe erwischt... äh, erwischt werden wollte. Nicht erwischt. Werden. Wollte. Ja, du bist deutsch. Okay. Oh, hier. Okay. Irgendjemand? Ja. Bootshoots, obwohl der hat Schutz, das war dumm. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Da unten ist eine, 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 da unten ist eine. Gut. Nur noch ich, Toots, Yoshi und Bowser sind drin. Knochen drucken mal wieder raus. Zum Glück. Wie der am Anfang genervt hat. Komm, Toad. Das war schlecht. Wo, wo folge ich denn eigentlich? Der ist eh weg. Alter, da unten. Hier. Hallo, dreh dich doch um. Okay. Und hier. Und jetzt soll Toad herkommen. Der hat zwei, ich habe sechs. Man sieht ja, wie viel ich habe da oben. Und da ist noch eine, da sehe ich noch eine. Erstmal Toads, einen Sacken. Oh, nee. Das, was ich wollte, hat der Toad jetzt genommen. Aber ich habe gewonnen. Nice. Also Knochen drucken hat wohl keinen Bock mehr. 8 zu 2 für mich. Finster Villa. Das Schwere. Wo ich gesagt habe, dass die ist chillig und dann sofort betrug. Aber ich finde, dieser Modus ist wirklich chillig. Okay. Nein. Aber hier kann man nochmal wütend werden. Vor allem in der Finster Villa. Okay, okay. Hier ist eine. Hier ist eine. Hier ist eine. Also hier kann man echt viel sammeln. Lol, wo war denn da eine Bombe? Alter, nee. Aber direkt wieder aufgesammelt und ich verfolge. Ne, Vario hat nichts. Mist. Aber, na toll. Schon wieder eine Bombe, ey. Aber, 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 aber. Okay. Und hier. Okay. Also ich werde auch nochmal im Versus-Modus Peach mit dem Standardcard benutzen, weil hier kann man ja nicht wirklich viel machen. Okay, okay. Wo ist jemand? Donkey Kong. Hat der was überhaupt? Ja, der hat zwei bei sich. Mann! Boah, Knochen trocken. Obwohl, du hast nichts. Das war dumm. Fuck. Tot. Tot. Das wird knapp. Nur noch Donkey Kong, äh, ich und Tot. Ich hab drei, Tot zwei, Donkey Kong einen. Und da ist er. Ich hab ne Green Shell, ihr... Fuck Sinn. Ah, das war schlecht. Nein! Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ich muss sie jetzt finden. In den fünf Sekunden. Was ich nicht tue. Ich hab verlo... Da wäre sie. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Oh, Mann! So. Ach, zwei, eins. Donkey Kong ist jetzt dritter. Ist jetzt mit eingestiegen. Süße Torte. Nur noch zwei Siege und dann... Dann hab ich das schon. Relativ langer Part. Oh, da war sogar eine. Da ist auch eine. Es war hier. Alter, der Gnorrentrocken. Der hat nichts, weil er scheiße geworden ist. Da oben. Oh, Skellig. Oh, Gott. Da ist eine. 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 Nice. 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 Und da ist auch noch eine. Und einen auch. Ich hab fünf. In süße Torte. Nein! Lol. Okay. Alter, es sind hier viele. Aber der Vario sammelt sie alle auf. Vario ist dritter. Mit zwei Sternen. Yoshi zweiter. Auch mit zwei Sternen. Und ich hab fünf. Ich sehe hier keine mehr. Ich sehe hier keinen Sternen mehr. Nee. Hier ist nichts. Hier ist nichts mehr. Alter, sind eben viele rausgeflogen. Nur noch ich, Yoshi und Vario. Yoshi, Vario. Zwei. Ich. Fünf. Aber Yoshi ist nur noch eins. Nehm ich mir. Lol. Lol. Okay, hier ist nichts mehr. Item verfehlt. Lol. Dann nochmal hier hoch. Super. Krieg ich noch einen? Egal. Ich hab gewonnen. Ah, nee. Vario ist noch mit drin. Und da hat er einen Stern bekommen, den ich gerade aufsammeln wollte. Och, ich warte noch die 20 Sekunden ab und chill hier oben. Ich fahre da jetzt so gegen. Dann wäre das mein neunter Sieg. Das heißt, ich brauche nur noch einen Sieg und dann habe ich das hier gewonnen. Juhu. Ich hab nun endlich neun. Nur noch einen Sieg und dann habe ich gewonnen. Wird es im Röhrenplatz passieren? Werde ich im Röhrenplatz gewinnen? Das erfahren wir innerhalb der nächsten Minuten. Okay. Der gehört schon mal mir. Oh, da ist einer. 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 Dann. Oh, den hat Bowser genommen, den ich nehmen wollte. Ich bin. Oh, tot. Mann. Da ist einer. Yes. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Gut. Da unten sind noch voll viele. Dafür fang ich jetzt den Toad ab. Okay, gut. Ich hab schon fünf. Jetzt. Ja. Da geh ich auf den Wario. Schon sechs. Und schon erster. Weiz erster. So. So. No. Mann, war das knapp mit einem Panzer. Alter, jetzt gibt's hier viel Asche. Jetzt gibt's hier viel Asche. Alter. Okay. Da noch. Okay. Mein Rekord war neun Sterne, ne? Ich glaub, den Sieg hab ich auch in der Tasche. Nur noch ich und Yoshi. Und ich hab sieben. Und der hat nur noch. Lol. Rot. Redshare bist du schlecht. Und er hat nur zwei. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Und damit habe ich diesen Modus geschafft. Die zehn. Juhui. Glückwunsch. Hier sieht man nochmal. Ich zehn. Knochen trocken zwei. Donkey Kong ein. Der Rest null. Und dieser schöne Pokal. Jo. Dann im nächsten Part. Werde ich. Werden wir das nochmal machen. Nur im Team. Das wird dann etwas schneller gehen. Ja. 32 Minuten. Mein erster so richtig langer Part. Ich konnte ja früher nicht. Wegen den 15 Minuten. So. Aber jetzt kann ich's. Und die Musik ist auch echt cool. Ich freu mich dann auf den nächsten Part. Dann werden wir nochmal sowas machen. Ballonballgerei kommt nicht. Ich hab schon gesagt. Dann das hier nochmal im Team. Dann kommen die Rennmissionen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.